Die Vorteile des Cadenty sind, dass ich in der 2D-Umgebung einfach zeichnen kann. Es wird mir 3D dargestellt und die Zusammenhänge passen dann auch. RWDM bietet mit seiner Bibliothek an. Das ist natürlich für unseren guten Kosten-Nutzen. Es ist ein Service, welches wir selbst aufrechterhalten müssen, wäre viel zu teuer. Dann haben wir auch die Leute dort und wenn ich jetzt auch noch einen habe, dann geht der auch verloren. Und keiner weiss, wie es gemacht hat und was gemacht ist. Kosten-Nutzen. Wenn ich den Preis anschauen muss, zahle ich den gerne.